Wer ist gemeint? Wer ist gemeint? Mach nicht auf Ehrenfrau! Wer ist gemeint? Das war der Samurai-Dist! Das war ein Samurai-Dist! Oh, ja, Mann! Ja, Mann! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal! Wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde! Ich bin sehr gespannt! Wir haben surprise-mäßig vor einer Stunde von Asche einen Song bekommen einfach! Er hat einfach so einen Song gedroppt! Ähm, Asche, Feind von jedem! Er meinte eigentlich, yo, um 18 Uhr gibt's die Merch-Ankündigung! Der erste, also nicht Merch, aber der erste Box-Inhalt von Was Bleibt Es Asche wird verkündet! Wird wahrscheinlich auch in diesem Song denn irgendwie angekündigt noch am Ende in der Promo oder so, ich hab keine Ahnung! Ich freue mich aber sehr drauf, Mann! Holy Shit! Für alle, die die Box noch nicht vorbestellt haben, tu das gerne jetzt! Link dazu im angepitteten Kommentar unter diesem Video oder in der Beschreibung! Einfach raufklicken, auf Amazon drüber gehen! Noch ist alles verfügbar! Je nachdem, was jetzt hier angekündigt wird für den Box-Inhalt, werden die Box mehr oder weniger schnell ausverkauft sein, I guess! Ähm, deswegen hab ich meine schon bestellt, aber wenn ihr eine bekommen wollt, dann bestellt sie gerne vor, Freunde! Ansonsten würde ich sagen, hören wir jetzt rein bei Asche, Feind von jedem! Allein dieser Name lässt schon Gutes vermuten! Der letzte und erste Song hat mich schon sehr, sehr weggeflasht, muss ich sagen! Äh, Reaction dazu ist oben im I! Und dann würde ich sagen, hören wir rein, Freunde! Ja, Freunde! Ähm, wenn ihr Bock habt, keine Asche-Reaction mehr zu verpassen, ja! Wir werden uns hier jeden einzelnen Song von Was bleibt ist Asche, ähm, geben! Äh, sobald es geht, so schnell da draußen ist, äh, kommt meine Reaction online! Dann lasst gerne jetzt ein Abo dann kostenloses, Freunde, es supportet den Channel enorm! Und dann habt ihr direkt immer die frische Asche-Reaction in eurer Abo-Box! So frisch, wie es nun geht, wie vom Bäcker, Freunde! Wie vom Bäcker! Direkt morgens, Bäcker, macht die Brötchen für euch, ihr kauft direkt! Es ist innen, es ist, es knuspert noch so ein bisschen, so frisch ist das dann, Freunde, ja! Ich hab Bock, hören rein! Let's go! Oh, ey, ich mag den Anfang! Das erinnert mich ein bisschen an diesen Maestro-Disc-Track und von, ähm, von der Stimmlage und auch wegen der Stürmmaske ein bisschen an das X-Mas, ähm, wie hieß das, X-Mas-Massaker? Oder X-Mas-Disc irgendwie so, der heftig war, der war krank! Du bist ein Huren, so ein Gänsefüßchen in deinem Studentenbütchen! Habt ihr fortzunecht gedacht, ich wäre tot und stehe nicht mehr aus der Asche auf! Und ne Fake-ID macht mich zu nem Klassenclown! Stehe nicht mehr aus der Asche auf, Klassenclown! Unsauber Reim, aber gut gefloat! Geil! Klassenclown! Bevor wir anfangen, wird die Gerüchte-Küche abgestaubt, all die ganzen Huren sind in die Clickbaiten auf Asches Haupt! Ey, das sind geile Reime, man, da kommt der Jay-Jiggy in mir förmlich hoch! Holen wir die Fakten raus? Ihr wolltet doch einfach nur mich wackeln sehen, wie die Hauswände beim Was aufdrehen im Plattenbau! Das ganze Instagram-Fishing, es riecht nach Kabeljau! Ihr könnt über Asche reden, aber niemals Asche hauen! Oha! Es ist X-Masaka-Feeling! Es heißt X-Masaka-Feeling, oder? Ihr wisst, was ich meine, falls ich falsch sage, sorry! Ey, aber das ist das Feeling! Die Stürmmaske, das Auto, der Beat, Oldschool-Kopfnicker-Beat und auch die Stimmlage und wie er flowt! Geil! Jetzt wird das Foxen-Game wieder befreit von Heuchler-Banden, Räuperschaften und ein paar Schlampen, die bei Erfolg an Tanzen! Spiel in den Club aus Hopi-Hot-Shop, während sie Ort am Pflanzen und komme da nicht vorbei, weil dies flüssig für ein Voll-Tank gelangt! Na, ich gucke mal die Nummer 1, wird so... Boah, du bist wie abnormal, einfach auf diesen Beat-Float! Holy Shit! Ich bin gehypt aus Album! Erfolg verdammten Gold-Geranten von der Straße, so wie Port-Stein-Kanten! Voll-Banden, jage den Betz, du machst auf Rot-Diamanten! Werden das Song schon so wie dein Autos voll verbrannt sind! Das war der Samra-Diss, das war ein Samra-Diss! Roh-Diamant, du machst auf Roh-Diamanten, dann kamen Pieper, während hehehe so verbrannt ist wie deine Autos. Wie deine Autos voll verbrannt ist. Weil in den letzten 2-3 Musik-Videos von Samra wurden Autos verbrannt. So in Lambo und whatever haben sie verbrannt. Holy Shit, das liebe ich halt! Okay, okay, ey, das liebe ich, dass wir einfach wieder direkt Disses haben. Deine Autos voll verbrannt sind. Noch mehr Streams, bitte macht noch mehr Streams! Du fester Schwein, brauchst Disziplin, keiner redet von deinem Release. Was will Borkott, ihr Bitches? Asko war der einzige Mann aus dieser Welt, bei dem ihr mies nicht anruft, wenn ich seine Tochter kidnere. Du Misch... Ey, ihr müsst wirklich, ihr müsst wirklich mir wieder helfen, Jungs. Ich bin nicht, ich bin nicht so into the game, dass ich jetzt weiß, wer mit der Anrufzeile und so gemeint ist. Helft mir bitte wieder. Beim letzten Mal, mega korrekt, 2-3 Jungs von euch haben in eine ganze Liste gemacht, Arbeit reingesteckt und Disses erklärt und reingeschrieben für mich. Ich brauche das ein bisschen ab und zu, sorry, ey, gerade wenn Sachen zensiert sind, ist es echt schwer für mich, jetzt die Connections zu ziehen, wer wie wann wo gemeint ist. Es geht mein Bestes so, ich bin natürlich perfekt so im Game drin, deswegen bin ich ganz ehrlich, kann ich jetzt nicht jede Zeile perfekt bewerten, so. Aber sagt gerne Bescheid, falls ich irgendwas nicht gecheckt habe, erklärt es mir gerne wieder. Kuss an, alle, die es machen. Als dein Arsch gebrannt hast, wurdest du zum Rocker-Spitzel. Boah, Bruder, was sind das für Reimketten hier? Ey, ich finde es ein bisschen schade, dass so viel zensiert ist. Ich weiß nicht, ob er es aus Safe-Schutz macht. Ich dachte so bei 1, 2, 2, das ist okay, kann man mit Randinfos checken, wer gemeint ist, aber so bei, wenn ich schlag behindert oder so, dann kommt man halt echt nicht drauf. Vielleicht, weil er safe gehen will. Ey, holy shit, man, er ist so on fire. Ich liebe es, wie er mit dem Nasending umgeht, Mann. Mich hat niemand gemacht, außer ein Fitnessstudio, äh, Fitnessgeräte, Oktagon und ein Chirurg, der mir eine goldene Nase versprach. Geil! Und ein paar Livestreamende Schlampen haben sich auf meinen Nacken einen Namen gemacht. Der nächste Maestro ist, und wer war noch komplett daran beteiligt, Mois könnte auch gemeint sein. Mois, Maestro und halt die anderen vom Keller. Ey, ich bin gehypt auf dieses Album, ich bin so gehypt auf dieses Album. Ich wurde gewandert vom Staat und seit bei Livestreamende Schlampen haben sich auf meinen Nacken einen Namen gemacht. Da du mach nicht auf ihren Frau, ich bring dir Respekt bei mir, der da unblickt wie militär auf... Wer ist gemeint? Wer ist gemeint? Mach nicht auf ihren Frau. Wer, wer, wer ist gemeint? Ey, Bro. Oh, ja, Mann. Ja, Mann. Du Hurensohn, weil ich in dir einen Einstich lasse, liegst du für die nächsten Tage in der Zeitengasse. Du müsstest mittlerweile wissen, was ich mit Feinden mache. X-Massaker war der Anfang, das ist die zweite Staffel. Okay, X-Massaker hieß es nicht, X-Massaker, achso, ja, X-Massaker, ja, X-Massaker. Geil, Mann, das hier ist die zweite Staffel, meint er ja gerade noch, vom X-Massaker so mäßig. Ich bin gespannt, Mann. Er hat so viel Energiehunger, dieser Stil ist einzigartig, auch diesen Oldschool-Kopfhinniger-Beat, wie er dann flowt. Oh, schöner Mann. Asche, auch hier Poster, das ist ein... Ich hab's nicht erwähnt, Digga. Ist ein astreines Poster, Digga. Schöner Mann. Bro, ich möchte wissen, wie es unzensiert ist. Ich hab, also, ich, ich, entweder macht er so, dass es erst später öffentlich ist, auf Spotify oder so, weil er das jetzt noch nicht haben will, damit die Streams hochgehen bei Spotify, wisst ihr, wie ich mein? Nein, weil halt alle jetzt nur die Version kennen und sobald es online ist, streamt alle, weil dann die echte Version da ist. Oder er möchte echt safe gehen, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann, Mann. Oder, wenn man richtig im Game ist, checkt man's auch so bei manchen, klar, aber ich glaub, selbst manche von euch checken dann, wenn ihr alle Rap-Update-News, Momo-News und so aktualisiert, alle drei Sekunden, checkt ja auch nicht jeden Diss, oder? Hurensohn, auch wenn ich keine Livestreams mache, knallst du deinen Arsch zusammen, siehst du ne A*****, sie wollten, dass ich Ende seh, mein Heim verlasse, doch f*** ich weh, um was bleibt es? Asche. Ey, yo, Kev, kann ich nochmal die Huren-Söhne doppeln? Ey, um was bleibt es Asche, Mann, geil. Aber warum sollte er das, was bleibt, ist Asche zensieren? Ich glaube echt, dass das so ein Ding ist, dass er auf Spotify die unzensierte Version denn später hat. Könnt ich mir vorstellen. Oh, jetzt hätte ich nochmal gerne drei Huren-Söhne. Ey, so sympathisch auch gerade, Mann. Asche zeigt einfach Charakter hier. So sympathisch. So sympathisch. Ach, weißt du was? Lass einfach zehn Huren-Söhne machen. Hurensohn! Digga, so sympathisch. Feind von jedem EP, meine Freunde. Oh! Ich hab's bis zum Ende nicht gecheckt. Ich dachte so, ich hab das mit dem Boxinhalt ganz vergessen. Hä, was ist denn jetzt der Boxinhalt? Er bastelt eine eigene, eine eigene EP kommt da rein. Feind von jedem EP. Oh! Ey, die Box wird geisteskrank nice dann. Dann haben wir eine EP in diesem Stil von X-Massaker. Die Uncut-Version gibt's exklusiv nur in der Box. Oh! Das heißt, oh, okay. Das heißt, es kommt nicht auf Spotify oder so. Ihr könnt diese EP dann Uncut nur in der Box hören. Ohne das Gepiepte. Five-Head-Move. Five-Head-Move von Asche. Ich sag's, wie's ist. Ich find, das ist ein geiler Move sogar. Das ist ein geiler Move. Weil dann hat man noch dieses Feeling, was man sonst nie hat, wenn eine Box ankommt, dass man sich freut, sie auszupacken, direkt CD rein und hören. Hat man nicht mehr dieses Feeling. Aber mit diesem Boxinhalt, man weiß, die Songs sind geil. Man kennt den einen oder anderen Song von der EP vielleicht schon, wenn er noch einen hochladen sollte. Aber man kennt nicht die Uncut-Version ohne Gepiepte. Dann hört man erst mal, wer gemeint ist mit manchen dessen. Oh, wir werden, das ist geil. Wir werden, wenn das mit Asche okay ist, ich werd's abklären, ähm, werden wir, wenn es okay für ihn ist, auch eine Reaction auf die EP machen, die Uncut-Version. Vielleicht ein bisschen warten, so. Whatever, ich will's jetzt nicht einfach öffentlich machen, denn für jeden, weißt, dann kann ja jeder den Song hören, ohne die Box zu haben, so. Werde ich mit Asche klären. Aber da bin ich sehr gespannt drauf. So ein guter Marketing-Genie einfach. Marketing-Genie. Geiler Move. Stellt sie euch vor, oder auch nicht. Oh, ich bin gespannt, Digga. Das ist ein geiler Move. Das ist so ein geiler Move. Digga, so ein geiler Move. So ein geiler Move, okay. Feind von jedem Aschkobar. Feind von jedem EP exklusiv in der Box. Freunde, wenn das jetzt wirklich kein Grund ist, sich die Box vorzubestellen, dann weiß ich auch nicht mehr. Gönnt sie euch gerne jetzt, Freunde, den Link im angepütteten Kommentar und in der Beschreibung. Ähm, holy shit, was ein geiler Box-Inhalt. Eine ganze EP. Feind von jedem EP in diesem Stil, wo einfach nochmal Leute weggeflext werden. EP finde ich jetzt immer ein geiler Box-Inhalt. Plus, da ist exklusiv die Uncut-Version drin. Finde ich nice. Finde ich wirklich nice, muss ich sagen. Da hat man noch einen richtigen, wertigen Inhalt drin. Wisst ihr, wo man sich drauf freut, direkt. Holy shit. Geiler Song, ey. Ich freu mich jetzt schon auf die Uncut-Version. Heftiger Beat, was Asche mit Johnny zusammen zaubert, ist immer krass. Und ich bin einfach gehypt denn je, Freunde. Ich bin mehr gehypt denn je. Ähm, schreibt mir eure Meinung gerne in den Kommentaren rein. Ansonsten würde ich sagen, Friends, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wird man natürlich. Und ciao. Das geht schon. Und das geht schon. Vielen Dank.